Besuch kündigt sich kurzfristig an. Was sind die Dinge, die du noch schnell im Haushalt erledigst? Esstäus vom Ladestecker abmachen. Und dekorativ auf den Couchtisch. Mir eine Ausrede für die Pissecke ausdenken. Versuchen, den abartigen Scheisegeruch aus dem Klo zu holen, nachdem ich abschachten war. Rausgehen. Kacken. Polizei Flatterbind aus dem Keller holen und die übelsten Ecken absperren. Dann erzählen es gab einen Einbruch. Meine Freundin anrufen, ich kenne niemanden, der so schnell und strukturiert aufräumen kann. Zur Notbude abfackeln. Licht aus, Klingel abschalten, totstellen. Das Gitter runter und die Zugbrücke hochkurbeln und dann die Krokodile im Burggraben freilassen. Im Ernst, schon der Gedanke an Besuch jagt mir kalte Schauer den Rücken runter. Mal Home ist mal Kessel. Das ist der einzige Ort, an dem ich mal meine Ruhe habe und den ich viel zu selten zu Gesicht bekomme. Da brauche ich da nicht auch noch Menschen. Computer anschalten, billigstes Hotel in der Nachbarstadt buchen und schnell ein paar T-Shirts und den Schlafanzug in den Koffer packen. Schon mal aufs 5-Minuten-Schelmen einstellen. Kontrollblick ins Klo.